In dieser Folge erfährst du, warum gerade nachhaltige Marken ein gutes Marketing brauchen und warum der Podcast der beste Marketingkanal dafür ist. Wenn dich Themen wie diese interessieren, dann abonniere jetzt kostenfrei meinen Podcast Podcast Marketing wirkt in deiner Lieblings-Podcast-App oder unter www.podcastliebe.net slash unser-podcast, damit du keine neuen Episoden verpasst. Herzlichen Dank. Ich bin Hanna Steingreber, Gründerin und Inhaberin der Podcast Agentur Podcast Liebe und du hörst meinen Podcast Podcast Marketing wirkt. Als Podcast Agentur für B2B-Unternehmen wollen wir erreichen, dass alle Firmen im deutschsprachigen Raum auf ethisches Marketing setzen, indem sie ihre Traumkundschaft über den eigenen Podcast erreichen. Mehr dazu gibt es unter www.podcastliebe.net und natürlich in diesem Podcast. Wenn du dein Business über deinen eigenen Podcast hörbar machen möchtest, dann lass dich von uns professionell unterstützen. Egal ob Podcast-Beratung, Produktion oder Vermarktung, wir sind auf jeden Fall für dich da. Buche jetzt ein kostenfreies Kennenlerngespräch via Zoom unter www.podcastliebe.net slash Kennenlerngespräch und den Link zum kostenfreien Kennenlerngespräch findest du in den Shownotes. Also warum brauchen jetzt gerade nachhaltige Marken ein gutes Marketing? Ich nehme dich mal mit in die konsumierenden Perspektive. Also stell dir mal vor, was muss jetzt aus Sicht der KäuferInnen eine nachhaltige Firma vermarkten oder wie muss sie überhaupt vermarkten, damit sie auch die Zielgruppe erreicht? Also was sind das so für Menschentypen? In erster Linie Leute, die Wert auf Nachhaltigkeit legen und das auch in ihrer Kaufentscheidung machen. Die sind ja sehr kritisch, die sind vielleicht sogar ein bisschen skeptisch, die wollen auf jeden Fall Hintergrundinfos. Die stellen diese ganzen Fragen, wer, was, wie, warum und so weiter. Und das müssen sie eben beantwortet sehen, damit sie eine Kaufentscheidung überhaupt erst treffen können. Das sind auch Menschen, die von nachhaltigen Unternehmen Transparenz verlangen. Sie wollen Ehrlichkeit gelebt sehen in der Unternehmenskommunikation. Und das sind auch Menschen, die sich eingehend informieren, bevor sie etwas kaufen, egal ob das ein Produkt ist oder eine Dienstleistung. Dann hast du als nachhaltiges Unternehmen immer noch die Herausforderung, dass natürlich Preise für nachhaltige Produkte, für nachhaltige Dienstleistungen höher sind als die Preise, die wir sonst so auf dem normalen Markt gewohnt sind. Und zwar nicht einfach nur ein paar Cent teurer, sondern das sind gefühlt erstmal Riesensprünge. Und das muss eben gut vermarktet werden, weil du es schaffen musst, ein Bewusstsein bei den Konsumierenden zu erwirken, dass eben dieser höhere Preis absolut sinnvoll und gerechtfertigt ist. Und was du dann auch noch machen musst, ist, dass du ein Vertrauen aufbaust. Also die Liste ist ganz schön lang von Sachen, aber klar, du brauchst natürlich ein Vertrauen zu deiner Zielgruppe. Das ist ganz klar, zu diesen Menschen, die von dir kaufen sollen, von deinem Unternehmen kaufen sollen. Und was da noch mit reinspielt, ist auch, dass du eine Glaubwürdigkeit aufbauen musst. Also es wäre tödlich für dein nachhaltiges Unternehmen, wenn Greenwashing-Vorwürfe zum Beispiel im Raum stehen würden. Das wäre sehr, sehr negativ. Und dann müsstest du mit deiner nachhaltigen Unternehmensstrategie nochmal genau gucken, wie du da weiterverfährst. Also es wäre sehr, sehr schwierig. Das sind einige Dinge, die so beachtet werden müssen, die stimmen müssen. Und gerade deswegen ist ja klar, das stellen wir jetzt natürlich auch fest, dass nachhaltige Unternehmen ein gutes Marketing brauchen. Und die Frage ist jetzt nur, wie kriegen die das hin? Wie kriegen die das hin, ein gutes Marketing zu machen? Was alle diese Punkte, die ich gerade genannt habe, was ja auch alles irgendwie eine Herausforderung ist, was das abdeckt. Und hier kommt Podcast-Marketing ins Spiel. Das heißt, dein eigener Podcast für dein nachhaltiges Unternehmen ist die Lösung. Denn mit deinem Podcast, das werde ich dir gleich aufzeigen, kannst du wirklich ein gutes, nachhaltiges Unternehmensmarketing betreiben. Wenn du dich jetzt fragst, cool, ja, Podcast würde ich gerne machen, aber so ganz habe ich noch nicht verstanden, was mir das bringt. Also aus welchen Gründen genau sollte ich jetzt einen Podcast machen? Dann liest ja unbedingt auch gerne unseren Blogartikel, warum einen Podcast machen, 10 gute Gründe, durch. Denn da findest du mindestens 10 gute Gründe, einen Podcast zu machen für das eigene Unternehmen. Den Link zum Blogartikel, den packe ich ja in die Shownotes, in die Episodenbeschreibung rein. Also warum sind jetzt Podcasts der beste Kanal für dein nachhaltiges Firmenmarketing? Es ist ja so, in einer Podcast-Folge hast du regelmäßig richtig viel Zeit, um Hintergrundinfos zu liefern. Das ist ein Punkt, den die Konsumierenden also haben wollen. Die wollen den Hintergrund verstehen. Die wollen mehr Informationen haben, um dann auch eine, ja, um einfach Antworten zu bekommen auf ihre kritischen Fragen, die, denen du dich natürlich stellen kannst in deinen Podcast-Folgen. Du hast in einer Folge, in einem Podcast auch immer die Möglichkeit, wirklich Deep Dive reinzugehen mit Tiefgang in ein Thema. Das heißt, du bleibst nicht an der Oberfläche, sondern du kannst zum Beispiel sagen, du erzählst eine Geschichte aus der Produktentwicklung. Wie hat das denn überhaupt alles angefangen, als ihr dieses Produkt entwickelt habt? Hat denn gleich alles geklappt? Wahrscheinlich nicht. Welche Schwierigkeiten gab es denn? Welchen Herausforderungen musstet ihr euch stellen? Das ist halt alles super, super spannend und trägt dann natürlich auch zur Identifizierung deiner Zielgruppe mit dem Produkt bei. Nimm dein Podcast-Interview online in Studioqualität mit der Software Riverside auf. Unsere Kundschaft ist wirklich durchweg begeistert und wir sind es auch. Mit unserem Link kannst du unsere Arbeit unterstützen und direkt mit Riverside loslegen. Den Link findest du in den Shownotes. Herzlichen Dank. Nächster Punkt ist die Transparenz. Also die Konsumentinnen wollen natürlich von einem nachhaltigen Unternehmen auch immer, dass es sich transparent verhält. Und da kannst du zum Beispiel reingehen und mal deine Preispolitik vorstellen. Also warum ist ein Preis so, wie er ist bei euch zum Beispiel? Und wenn du dann noch einen Schuss Raum für Ehrlichkeit oder Ehrlichkeit dazugibst, dann hast du schon viel gewonnen, indem du vielleicht auch eine gewisse Fehlerkultur fährst, also auch mal einen Fehler eingestehst, der vielleicht im Laufe der ganzen Firmenzeit schon mal gelaufen oder unterlaufen ist. Oder es gibt vielleicht auch ein paar lustige Fails, ein paar Anekdoten, die du teilen kannst. Also es ist schön, wenn du es hier schaffst, offen und ehrlich umzugehen damit. Dann haben wir über Preise gesprochen. Es ist wichtig, dass du ein Bewusstsein für die höheren Preise bei nachhaltigen Produkten, bei nachhaltigen Dienstleistungen eben schaffst. Und da könntest du zum Beispiel jemanden einladen, der Experte ist im Bereich Preisgestaltung in nachhaltigen Firmen. Und du befragst denjenigen einfach mal, wie das denn aussieht mit den Preisen. Wie entsteht so ein Preis? Das kannst du auch mal vorstellen. Was muss da eigentlich alles mit einfließen? Was muss alles abgedeckt werden? Das ist ja vielleicht vielen Konsumierenden auch noch gar nicht so klar. Weil klar, als EndverbraucherInnen zahlen wir einfach den Preis an der Kasse. Sei es in der Online-Kasse oder auch vor Ort. Und wissen im Grunde genommen ja auch gar nicht genau, das ist ja selten super transparent, wo fließt jetzt jeder Cent genau hin. Und das ist ja unheimlich spannend mal zu erfahren. Wenn du dir im Podcast Zeit nimmst, darüber mal zu sprechen, dann ist Podcast-Marketing in dem Moment ein super Weg, um deinen Konsumierenden diesen Zweifel aus dem Kopf mal wegzuwischen und da eine Klarheit reinzubringen. Ja, gleichzeitig schaffst du natürlich, du sprichst ja im Podcast mit deiner Persönlichkeit, mit deiner Stimme und bist wahrscheinlich auch keine Mensch, der jetzt professionell ausgebildet ist im Sprechen. Das ist gerade gut, weil du dann nämlich mit deiner Persönlichkeit strahlst im Podcast. Und das schafft Vertrauen, wenn man sich so gibt, wie man ist. Und das baut auch die Glaubwürdigkeit auf, nicht nur von dir und deiner Person, sondern auch von dem Unternehmen, was ja hinter dir steht. Das heißt, du bist extrem authentisch und deswegen auch mein Tipp immer, verstelle dich nicht, um zu gefallen. Du wirst jetzt vielleicht denken, ja, ist ja logisch. Aber wir kennen das alle, wenn es dann darauf zugeht, dass man eine Folge aufnehmen soll, dann will man es irgendwie auch gut machen. Vielleicht perfekt, dummes Wort, ich weiß. Ich denke da immer an perfekt, das ist irgend so eine Vergangenheitsform. Was will man in der Vergangenheit abhängen? Aber gut, jedenfalls willst du es ja gut machen. Aber da geht es nicht darum, dich zu verstellen, weil so, wie du schon sprichst, bist du gut. Und das wird auch dazu beitragen, Vertrauen und Glaubwürdigkeit aufzubauen. Und das Schöne ist, bei einem Podcast auch, wenn du Podcast-Marketing betreibst, bist du wirklich regelmäßig im Ohr deiner Hörerschaft. Mit jeder Woche einer Folge gibt es immer wieder was Neues von dir. Und das heißt, du musst jetzt als nachhaltiges Unternehmen nicht noch wer weiß, was für Maßnahmen irgendwie schaffen, sondern kannst mit deinem Podcast regelmäßig deine Zielgruppe bespielen und sie auch mitnehmen vor allem. Das ist ja im Grunde genommen wie eine kleine Reise in deine Welt, in die Welt deines nachhaltigen Unternehmens, damit man das einfach besser kennenlernen kann. Ehrlich, ethisch und erfolgreich. Abonniere den Business Booster, unseren Newsletter für deine regelmäßigen Podcasting-Inspirationen. Trage dich jetzt unverbindlich ein unter www.podcastliebe.net slash Newsletter. Also lass uns nochmal rekapitulieren, um was es heute eigentlich ging. Nachhaltige Unternehmen brauchen einen Podcast, um gutes Marketing zu machen, weil natürlich sie haben eine zu Recht kritische Zielgruppe, die sie bedienen. Und diese Menschen, diese HörerInnen, die verlangen eben folgende Dinge. Ja, die wollen Hintergrundinfos bekommen, die wollen Transparenz sehen, sie wollen Ehrlichkeit sehen, sie wollen Authentizität wahrnehmen können, Glaubwürdigkeit muss gewährleistet sein und sie wollen auch einen Tiefgang erleben in den Podcast-Themen, die du eben lieferst. Plus eine nachhaltige Firma muss immer noch gucken, dass sie die aktuell noch höheren Preise einfach erklären kann oder zumindest transparenter machen kann auf jeden Fall. Und im Podcast ist der Raum dafür da, ob du das jetzt mit einem Experten machst, mit deinem Finanzmitarbeitenden, der wirklich auch, was das Thema Preise angeht, das nochmal viel besser aufschlüsseln kann oder ja, indem du irgendwie die Preisgestaltung mit aufzeigst und da mal einen Blick hinter die Kulissen gibst. Das finde ich auch irgendwie total interessant. Ich bewerbe mich gerade bei dir für eine Podcast-Folge, für ein Podcast-Thema, was du gerne mal aufnehmen kannst. Aber nee, wirklich Spaß beiseite. Das ist sehr, sehr zentral und wichtig, weil es ja auch mit einer Transparenz zu tun hat, dass du eben zeigst, wie der Preis eigentlich so entsteht. Ja, also richtig cool. Schön, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, das war relevant für dich. Bin ich mir sicher, du konntest hier einiges mitnehmen. Ich würde sagen, wir hören uns. Und vergiss nicht, mach dein Business hörbar. Deine Hannah.